Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Heaven. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben das Nest schon mal ja quasi wieder rausgeholt aus der kleinen Versinkung und nun wollen wir Ross sammeln damit wir unser Nest quasi wieder reparieren können. Und ja, dazu brauchen wir wie gesagt Rost. Ich bin gespannt, ob wir diesmal genug zu haben können. Das will ich noch nicht ausprobieren. Hier haben wir erstmal wieder Bobanüsse. Bein Ross. So, und Pannes Bären. Ganz wichtig. Hier gehst du einiges in die Luft, ne? So Richtung oben. Okay. Das Ganze ist hier aber auf jeden Fall noch viel viel größer. Deswegen holen wir uns hier wieder unser Rassepfeffer und müssen jetzt wieder kämpfen. Das ist hier. Okay. Ja. Okay. Exanova gebaut, bevor sie das Gefühl haben, es würde nicht funktionieren! 2 already seems like a lot. Throwing money around isnt exactly within the company culture. Neither is canceling a project for that matter. I'm not surprised that everyone remained discreet about this whole failed colonization business. I am surprised by the fact my mom has never mentioned it to me. Hoffentlich werden wir das irgendwo mal herausfinden. Oh, wir sammeln das mal wieder schön fleißig. Prost, Tachchen. Torrico, okay. Das ist wie so ein Hund. Ich frage mich, warum ist das manchmal nicht gleichzeitig klopft. Der ebenchen wieder. Naja, aber wir kriegen das trotzdem hin. Ich muss mich da einfach noch mal ein bisschen drin einfinden. Wir können ihn auch kraulen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wie hau, Will. Es ist so niedlich. Die Flügel sind ein bisschen irritierend, aber sonst... Los passt das doch. Ah, es wird jetzt schon wieder dunkel. So, da sind wir jedenfalls noch. Hier. Und ein... Ah, und da... Wie konnte ich die denn? Ah, ne. So, aus dem Tempo geht das hier nicht weg. Weißt du, geht das auch weg, wenn ich alles... hab was. Ähm, folgt mir das Tier jetzt? Hm. Oder vielleicht erstmal das da hinten noch. Stimmt, das kann auch noch sein. Entschuldigung. Ja. Okay. Dann haben wir wieder Rastepfeffer. Dann haben wir hier. Obernüsse. Oh. Oh. Okay. Arn compose kurz. Arn. Ah, ich glaube ich habe einen Schlag. Da liegt, dass er nicht eingeloggt war. Genau das. Dieses Geräusch muss kommen. Das würde es zumindest erklären, warum ich es manchmal nicht hinkriege. Ich würde dich so gerne mitnehmen, Kleiner. Die folgen uns wirklich, oder? Ich glaube, die folgen uns so lange, bis wir die gekräutert haben, oder? Wie kann etwas nur so niedlich sein? So, das ist meine Stundenbeschäftigung in diesem Spiel. Okay, die folgen uns trotzdem noch. Ich bin sehr gesäubert. Ist das gut? Ah, das hatten wir schon. Ich weiß nicht, ob wir schon... ... genug dritt haben. Ach, das ist das Ding, wo es nach oben geht, ne? Gut, da kommen wir also noch nicht hoch. Hier nehmen wir mal die Kukubanüsse. Will ich aber trotzdem noch weiter gucken. Schade ist ja nicht. Schade ist ja nicht. Könnt ihr erst bei 10 Minuten. Hier gibt's wieder jede Menge... Was? Rasselpfeffer. Vor allem... Rasselpfeffer. Ey! Dann... Komm ich da hinten rüber? Ja, wir kommen hier hinten rüber. Ich hatte die Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch was anderes zu essen finden. Weil das ja hier auf dem Wasser ist, aber okay. Da hinten müssen wir dann auch noch rüber. Bedingt mal... Boom-Ding hier finden. Also... Ich bin halt das da. Ich weiß nicht, was hier der Mond sein soll, deswegen... Da drunter war... Da drunter schon. Ich hab mich so ein bisschen verfranst hier. Ich hab mich so ein bisschen verfranst hier. Bootes brauche ich dich nicht nicht... Hello! Uhooo. 1. Okay! Hohe. Ja. 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 Kampieren! Gut, wir können uns einmal heilen. Aber wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel davon. Ich glaube, essen sollten wir uns ja auch heilen. Ich weiß, was wir sollten uns zacken? Marshmallows. My guitar. You have a guitar? Well, yeah. Where is it? At my house. On top. Well, I guess these days I can't really call it my house. Oder sogar sagen sie es meine Gitarre. Ich wusste nicht, dass du das Spiel spielt. Ich bin ehrlich gesagt, ich würde nicht sagen, dass ich spielen. Meine Eltern haben mich auf die Kursen, als ich klein war. Ich habe sie für zwei Jahre, und dann habe ich es getrennt. Ich habe es niemals wiederholt. Ich habe es sogar noch genutzt, ein alt-timey Instrument. Aber ich weiß, jetzt mit der Campfire und alles. Ich wünsche es, ich könnte es rausgehen. Ich würde es spielen auf die Harmonika spielen. Weil du spielen die Harmonika? Nein, aber jetzt sind wir imaginern, wir gehen mit es. Ja, du bist. Ich kann es bereits vorstellen. Wir könnten uns ein Band haben. Die Nummer-one Band auf Source. Mhm, mhm. Okay. Ja, ich verstehe. Ich habe es gedacht, eher über den Lagen des... ... 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 A mare! Appledew stew. Oh yeah, I definitely like that. We are so Appledew stew now. We'll bring the house down. We just need to find stuff to repair the nest now. We just need to? Okay. How do you feel? Better. So, ich musste gerade mal ganz kurz mein Tatschtuch holen. Deswegen war es gerade so etwas still. So, und wir sind wieder... ...fast hochgehalten. Okay. Bei solchen Punkten können wir dann anscheinend unsere... ...unser Lager... ...machen. Okay. So, was das? Okay. 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 Actually, this is all thanks to the Matchmaker. What? Think about it. Imagine the Matchmaker had put us together. We would have spent our boring lives in the Apiary without surprise. And we would have never ended up here. Together. Watching rocks flying by. This is no joking matter. For all we know, the Apiary is hot on our trail right now. If they find us and they bring us back, we'll see how much you want to thank the Matchmaker. That was just a turn of phrase. Not a good one. Ah. Alright, come on. Let's go. Okay. This one's up here. Sorry. I'm kind of struggling. I should have drifted a little. So. Yeah. Bei mir ist das Fliegen hier sowieso abgehakt, weil ich noch nicht weiß. Wo sich der Rest... ...in diesem Rost befindet. Nein. Oh, mehr bobernüsse. Oh, mehr bobernüsse. Becker so abert. Gut, wir wissen jetzt nur nicht mehr, welchen Weg wir hier lang gehen mussten. Okay, ähm, was nachgucken heute? Okay, wir haben nur lange nicht genug. Wir sehen ja auch noch ein bisschen Dinge. Glaub ich. Also wir müssen dann auf jeden Fall durch diese hier durch. Ich weiß ja, dass ich mich irgendwann verlaufen werde. Okay, jetzt ist ich so ein bisschen in Grenzen. Gut, jetzt scheint es gerade kein Rost zu geben. Jetzt sehe ich gerade keinen. Ähm, ich würde aber sagen, ich beende nicht kurz den Part und wir sehen uns hier beim nächsten Mal einfach wieder. Ciao!